Ihr müsst wieder abgekackt. Aber ich hab nicht wirklich viel verpasst, sie hat einfach nur Hilfe, Hilfe, geschrien an war es schon. Genau so durch. Na ja, löschen. Autsch. Oh, nice. Oh, ich hab einen Superspein gehört. Ah, da ist er. Okay, cool. Nice Tanzmoves, Chase. Wow, warum ist er nicht wegen dem Leben? Weg. Na ja, okay. Also von dem Hof. Oh, da kommen wir nicht durch. Oh, hier lagert das Krankenhaus also all die Großbrände. Hm. Hm. Din, 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 din. Ouch. Ouch. Din, 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 din. Okay. Oh. Au. Ja, Chase, du kannst abspringen. Okay. Verdammt. 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 Also rum. Sprünge nicht ab. Zu dumm. Och, hey. Hör doch mal auf, runterzufallen. Ich bin sehr dankbar. Oh mein Gott. Kann doch nicht so schwer sein. Dann lang zu laufen. War doch drauf. Was zur Hölle? Ich brauche wahrscheinlich den Farbwäxler da. Dankeschön. Ja. Lass mich kurz löschen. Oder das machen. Feuer, geh bitte weg. Fakete, geh bitte weg. Dankeschön. Mal ein bisschen vom Schwellung space. Miep, miep. Miep. Ha! Und wie ich den Farbaxler brauche! Ha! Ha! Weg! Hör auf mit dem Mist und rette mich, Chase! Ich versuch's ja! Ach wirklich? Ich kann da nicht hochklettern! Aber dorthin kann ich klettern! Aua! Din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din-din... Ellie! Ich bräuchte mal wieder deine Hilfe! Was gibt's denn dieses Mal? Ist noch irgendwo eine Zeugenschutzwohnung frei? Ein paar Typen sind hinter Natalia her und sie ist zuhause nicht sicher. Die Zeugenschutzwohnungen sind alle belegt! Chans Leute hocken da drin und verpfeifen sich gegenseitig. Aber... Wenn sie nichts gegen Couchsurfing hat, könnte sie bei mir unterkommen. Nun ja, ich habe einen großen Hund. Aber der ist so träge, dass er nur Leute mit Hundeallergie fernhält. Besser als in eine Wohnung mit einem von Chance, Leuten zu teilen. Danke, Ellie. Kein Problem. Ich mache mich auf den Weg. Brauchst du Unterstützung? Keine Zeit. Ich kriege das hin. Keine Zeit. Das ist ja sehr unvorteilhaft, Shadey Navy. Entschuldigung, lass mich mal kurz durch. Sag, lass mich mal kurz durch. Was ist denn das da oben? Sag, lass mich mal kurz durch. Ja, noch mehr. Warum denn nicht? Hör mir kurz, Astronauts-Sachen machen. Bezirke erobert? Nice. Entschuldige mich, ich will hier durch. Entschuldige mich, ich will hier durch. Oh, das ist auch nicht der richtige Weg, wie ich gerade herausgefunden habe. Entschuldige mich, ich will dich runterwerfen. Ey. Komm mal, ich wollte doch krasse Moves machen. Ich habe meine eigenen krasse Moves. Okay. Okay. Ich komme. Bleib da. Scheinbar. Scheinbar. Okay. Okay. Das ist ja doof. eine Talia. Ich weiß, ich habe genug, aber ich will... Achso. Wenigstens ist ein... ...Arm. Hä? Achso, das ist so ein Hochzieher. Da ist so ein runter... Ne, ich runterdingsen muss wahrscheinlich doch nicht. Was war das denn? Man hat sich eben gerade gebiebt. Ja, hier war ich doch eben. Lol. Warum soll ich da hoch? Bin verwirrt. Soll ich irgendwo noch einen anderen Superstein geben, oder nicht? Auf jeden Fall, dass man nicht genug hat. Na ja, egal. Ich war wohl doch aus eigener Tasche. Also... Hm, 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 hm. Gut, das ist der Helferset, was du was. Eie. Ich muss mich bewegen. Das war wohl anders. Okay, jetzt muss ich mich bewegen. Was um wen? Oh, hi, was geht ab? Tschüss. Das waren alle. Welche Farbe Magnetail? Ja, ich glaub, sie mag diese Farbe. Das waren wir doch sehr. Oh, wir haben doch schon Schaden bekommen. Keine Ahnung. Könnte es sein. Was ist dein Dad vom Beruf? Er ist Professor und hat einige Jahre auf der Apollo-Insel gearbeitet. Die letzten Monate war er in ein privates Forschungsprojekt eingebunden. Und? Mehr weiß ich nicht. Aber er hat seine Hütte immer abgeschlossen, wegen all der wertvollen Steine, mit denen er gearbeitet hat. Was geht hier vor, Chase? Ich bin mir nicht ganz sicher. Chan und Vinny haben für Rex gearbeitet. Und diese anderen Typen? Vielleicht arbeitet Rex für sie. Ich werde es rausfinden. Ich setze dich erstmal bei einer Freundin ab. Ihr Name ist Ellie. Bei ihr solltest du sicher sein. Vielen Dank, Chase. Hä? Hast du da etwa gerade was Nettes zu mir gesagt? Übertreib's nicht. Gut. Hab dich ja nur gerettet. Genau. Ist ja nicht... Kann man ja jeden Tag machen. Dann weiß ich jetzt wohl, wie man einen Hubschrauber fliegt. Und jetzt weiß ich auch, dass man nach der Landung den Mutter abstehen sollte. Okay, ich sollte mich bei dir entschuldigen. Ich weiß, dass du mich nur beschützen wolltest. Aber ich war einfach in Sorge um meinen Dad. Und ich weiß auch, dass du während der Verhaftung meine Identität nicht preisgeben wolltest. Oh, okay. Warum warst du dann so aufgebracht? Na, es war eben einfach total unfair. Ich habe dir damals bedingungslos vertraut. Ich... Ich hab vielleicht sogar etwas für dich empfunden. Aber als du dann einfach so verschwunden bist... Empfunden? Sei still. Und hast du vielleicht Lust, mit mir ins Kino zu gehen? Irgendwie bist du ja süß, Chase. Aber du bist mit deiner Arbeit verheiratet. Und verheiratete Männer sind tabu. Dann auf einen Kaffee? Finde einfach meinen Dad, Chase. Tee? Ein Plätzchen. Eiscreme. Eiscreme? Wenigstreffen mit Rex. Oh Mann, bitte seid noch in der Eisdienung. Wow. Kapitel 11, ein denkwürdiges Biersehen. Freigeschaltet. Bewohungspolster. Cool. Noch lange fliegen wir da hin? Winnie Pamelaus. Neue Superbauten. Nice. Voll gut. Okay. Dann wollen wir noch nur den. Gut. Ja, den Standort-Variante. Und hey, Willkommen. Ja, morgen ist das Referat. Morgen. Leider, leider. So. Wir waren das noch mal. Ich konnte ja irgendwie... Jo, was ist für ne Musik auf einmal. Kann ich hier langfliegen? Ich glaube nicht. Okay. Ne, kann ich nicht. Schade. Oh. Guck mal an. Pupo DLC. Nice. Cool. Und wie ist es so bis jetzt? Also, falls es schon angefangen ist, weiß es jetzt natürlich nicht. Das ist funny. Nice. Das ist gut. So. Halb durch. Nice. Das ist gut. Na, da muss ich dann. Okay. Ah, den ganzen Tag gegrindet. Okay. Ja, dann... Okay. Schon halb durch. Nice. Ups. Ich bin eine Katze. Entschuldigung. Polizeiangelegenheit. Die Feuerwehr hat wohl Azubis dabei. Entweder das oder die sind einfach unfähig. What war das? Am 2... Am 2... Am 14. Dezember kommt... Wave... Ja doch. Wave 12. Oha. Pokémon gestreamt nicht. Hä, wo muss ich hin? Ach da. Aber privat habe ich es mal ein bisschen gespielt. Winnie hat mir verklickert, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge, ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er... sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja. Um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt. Der Typ, mit dem er sich trifft, war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Hmm. Er darf es also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Mo. Nein, ich habe zu danken. Privat habe ich immer Pokémon gespielt. Shiny Hunt? Oh Gott. Ich muss immer auf Emulator an, meistens. Ich habe zwei Pokémon-Spiele auf offizieller Dings. Oder habe ich DS? Ne, habe ich nicht. Nämlich einmal... Kennt man das? Let's go Pikachu und... Legenden Arceus. Warum ist das... Achso. Ja, weil das... Weil das ist das USK-Zeichen, merke ich gerade. Wegen den Greenscreen hinter mir. Das ist einfach nur... Das ist... Ist das da? Ne, das ist weiß. Okay. Aber ich habe auch nur super wenig geschrien. Hm. Das Wollding, ich habe... Was gibt's Neues? Das Witzige ist ein Dings, ein Boomstar. Habe ich so gut wie gar keine Story gemacht. Ich habe nur den Pokédex vervollständigt. Ich habe nur den Pokédex ein bisschen vervollständigt. Aber es hat so Bock gemacht, als ich es gespielt habe. Leggoose-Cards habe ich auf jeden Fall... Ja, aber storytechnisch habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Bei, äh... Let's go Pikachu. Äh, wie worden habe ich da? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich bin jetzt nicht durch, leider. Aber ich habe ein paar Orden. Alle vier von Pokémon? Das ist das Hotel von Franks Eltern. Die müssen Kohle haben. Gut. Ich muss auf das Dach gelangen. Dann gelang mal aufs Dach. Das geht? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ich habe die Tasse dafür gefunden. Zurück in fünf Minuten. Ich habe keine fünf Minuten. Da muss ich wohl auf die harte Tour hoch. Warum nicht? Ich habe schon fünf Minuten. Face. Ich denke, du auch. Mir ist egal, um welche Uhrzeit wir ankommen. Wir sind immer plündlich da. Durch. Dankeschön. So. Abwechslung. Geh durch. Äh, wirst du noch? Sag, ich will mir die als D. Okay. Ah, solche Momente kenne ich. Äh, kommt das auch wieder runter? Ja. Gut. Face, geh rauf. Dankeschön. Ne, lass mich nicht durch. Ich bin Mitglied. Natürlich sind sie das. Sie wissen sicher nicht mal, wie man die Geräte richtig bedient. Doch. Komm her, ich zeig's dir. So. B drücken. Oh, Junge. So schwer. B, 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 B. Okay, eins noch. Noch mehr. B drücken. Ähm. Ich hasse Referate. Oh, naja. Aber noch ist nicht Simon. Noch ist nicht Montag. Obwohl ich sie nicht erkenne und sie auch keine Mitgliedskarte dabei haben. Dankeschön. Und so manipuliert man Leute. Oder so. Keine Ahnung. Ah, okay. Dann geht's. Mal wenn ich danach, äh, wenn wir euch, hab's. Ja, okay, stimmt. Ja, stimmt. Das ist immer super, wenn man sich hinter, hinter sich darf. Das stimmt. Cool, okay. Ein Fahrstuhl. Was macht er denn hier? Mit seinem Pferd. Hallo, Chase. Hast du dich im Hotel meiner Eltern einquartiert? Nö. Nein, ich suche nach Winnie Papalade und Rex Fury. Hm. Ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist nicht... Egal. Hast du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nö. Da war nur dieser komische Hubschrauber, der vor ein paar Minuten hier vorbeiflog, um dann auf dem Gebäude gegenüber vom Herbert Hotel zu landen. Beim Herbert Hotel? Dann muss ich da hin. Hey! Was spricht denn gegen das Hotel meiner Eltern? Alles. Was wohl mit dem Gast zu tun hat, bei dem sich die Schokolade auf dem Kissen als Kakerlake rausstellte? Was? Ich glaube, niemand mag es ausgelacht zu werden. Ja, ist gut, dass du gute Noten hast in Referaten. Das ist cool. Ich brauche den Superstein. Ciao. Weil ich keine Steine mehr habe. Nice. Aber ist es nur 1000 wert? Oh Gott. Ja, das sieht sehr interesting. Ist auch schon die ganze Zeit. Schon seitdem ich das erste Mal das Huhn mit dem Huhn geflogen bin. Ich liebe auch Eis. Das ist offiziell auf Steam. Ich habe mir die Steam-Version gekauft. Nein. Nein. Nicht die Spawn. Oh mein Gott. Dankeschön. So. Geht scheinbar nicht kaputt. Okay. 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 Okay, alles klar. Viel Spaß beim Vorbereiten. Ich glaube beides. Das geht eine Menge ab. Okay. Boom. Was hat denn? Die Muckebock. Eine Muckebock. Ein weiterer toller Tag in Lagos City. Warum auch immer so ein Ding in Safe aufbewahrt wird. Ein Raubenmuseum ist langweilig. Okay. Die ganze Stadt Schiwächse ist laut. Super langweilig. Wenn wir selber zusammengebaut haben. Ben. Also ist es nicht wirklich ein Raub, weil wir den selbst gebaut haben. Oh, Superstein. Bum. Ist die Party eigentlich noch im Gang auf? Das glaube ich nicht. Du hast mir die Karre geklaut und dann auf die Party versaut. Was für eine Party. Was für eine Party. Weg. Was? Ach ja, stimmt. Winnie und Rexy belauschen. Da war ja was. Hey, wie geht's so? Ich finde mich so nice. Ich glaube ich muss da lang. Kann das sein. Wie. Okay. Wohin geht's. Abwechsler. Okay. Mäus. Weiter. Sweetstein. Wäre sehr dankbar, wenn du da hochklettern würdest, Chase. Dankeschön. Ach ja, deswegen. Freut sich über Arbeit. Oha. Mir scheint die Arbeit Spaß zu machen. Ich meine, er freut sich. 30.000. Deswegen waren er frei von denen. Verdammt. Ich habe wieder kein Dings für Dings. Starts aktiviert. Egal. Das ist ja auch nicht so optimal. Mit dem Wasser Dingsen. Hi. Warum fühlt sich das nicht? Hier hat sie wieder gefüllt. Ganz kurz. Okay, nice. Nice. Ich kriege langsam Übung mit diesen Katapulten. Cool. Meue. Meue. Go de leih. Meue. 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 ja es war schon tausend mal gehört die feuerwehr ist unfähig hat man sich selbst gesehen ja jetzt ja noch schön hinlaufen natürlich das irgendwas wieder kaputt gegangen ich hab keine ahnung was gebrauchen grün überhaupt ja was doch einfach doof kann das sein ja am teleporter war da vielleicht was ja war okay gut leon gegen mag voll dagegen gelandet ich muss hinten aufs dach um zu sehen das ist da eben explodiert man studieren so viele sachen und die tür können wir nicht aufbrechen was explodiert da schon wieder ja das ist eine gute frage das ist das richtige gespräch ok noch andere gespräche geben außer die oder nicht das ist eine beliebte gegend hier einmal doch nicht schuldig noch ein job wir hatten den deal ich hab schon die ganzen wagen für euch besorgen lassen den t-rex habe ich auch beschafft und den riesen smaragd und das boot hast du eine ahnung was das für ein aufwand für meine jungs war ich hab da noch mehr zeug auf meiner einkaufsliste und du wirst es mir beschaffen die bilder die du mir gegeben hat taugen nichts was soll das heißen das waren bricassos echt sehen mir die gesichter aus beschafft einfach das zeug willi oder ich muss dich ersetzen und er behandelt uns wie affen und bezahlt uns mit nichts bis auf den namen rex fury ach ist dir auch egal ja er ist der privatkäufer für den ich arbeite aber jetzt hat er den bogen überspannt so lässt sich ein papalardo von niemandem behandeln wir machen jetzt unser eigenes ding was schwebt ihr denn vor der größte fisch von ganz lego city der wahlhai aus dem aquarium nein nicht so ein fisch ich meinte forest blackwell den immobilienmogul hüerschrankmagnaten und eigentlichen könig der stadt forest blackwell mo wird dich mit dem löschboot einsammeln los jetzt ok vini aber aber eine tarnung noch nicht aufgeben nicht bevor ich rex habe ja ich hoffe auch dass du nutzer bekommst das machen wir es morgen dann wir gehen rüber wir stellen jetzt kurz den stream plan dann was ist das für heute so oder wo heißt mucke an mucke an mucke an ok ok früher zu just padding so so ich so ich das so das ist das das ist das ist das Okay, da muss man noch was sehen. So, dann schauen wir mal, wo ich meinen Arbeitsplan hier, okay, Montagdienstag, besiegst du mal? Ach nee, gar nicht wahr, Monus 21.15 fängt gerade auf, wegen der Änderung da. Okay. 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 Und wiederum 1945. Ups. Okay. Ups, falsche Farbe. Die will ich nämlich. Mit Hausbilder. Mittwoch ist wieder 21.15 Uhr. Leider. Mit Rager und Random Stuff. Donnerstag haben wir wieder, 1945. Mit Lego City Under. Samstag haben wir. Da haben wir. Da haben wir auch 1945 mit Roblox. Samstag haben wir wieder 21.15 Uhr. Ja, warum ist er noch drin? Lol. Das haben wir doch schon. Hä? Das haben wir doch schon gehört. Lol. Naja, egal. 2. 2. 2. 3. So. mit gestern war nicht vorgestern. Samstag. Speedruns. Alles gut. Was hatten wir? Genau. Was ist noch dabei? Roblox. Genau. Und random. Ja. So und Sonntag ist wieder 1945. Okay. Ist das hier Frau? Ne, es war... War das? War das halt okay. Funktioniert. Okay. Äh... Wer ist das wohl so als das Spiel? Okay. Dann ist das der Streamplan für nächste Woche. Ähm... Dann kann ich nicht mit dem Stift malen. Schreiche Farbe? Ne. Achso, weil ich nicht am Dings bin. Ups. Oh Gott. So. Dann ist das... Der Streamler. Ich hab keine Lust, wie ich es da hingeschrieben hab. LOL. So. Achso, das ist aber mein... Das ist mein Monitor. Ja, das ist mein Monitor. Okay. Das ist mein Monitor. Hahaha. Kann ich sagen. Das war ein schöner Stream. Vielen vielen Dank an jeden, der da war. Morgen geht's dann weiter mit Lego City an der Cover um 21.15 Uhr. Wir sehen uns dann hoffentlich dort. Bis dann und tschö tschö.